Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt Under the Sand. So, wir planen einen neuen Trip. Ja, wir wollen ein neues Spiel beginnen. Oh, so. Ich gebe zu, genau das habe ich gesehen bis zum Zeitpunkt, als wir begonnen haben, oder als ich begonnen habe, das Auto fertig zu machen. So, also klicken, das weiß ich inzwischen. Kann man Dinge tun, Dinge bewegen. Manche Dinge kann man nicht bewegen, wie zum Beispiel den Stuhl. So, ich zeige das mal hier am Ball. Left-Maus-Button ist super. Drückt man X, kann man die Sachen vor sich so halten. So, Moment. Drückt man X kurz, kann man schießen. Super. So, das nehmen wir mit. Links unten, nein, ja, links unten sieht man so ein Kettensymbol. Dieses Kettensymbol zeigt wohl eine Art Währung. Dazu kommen wir noch. So, was haben wir da? Oh, ja, ich habe gern Bills. Ja, Karton öffnen. So, Tür. Super. Raus, ins Freie. Super. Ja, vieles kann man hier nicht benutzen. E bedeutet, die Sache gleich mal zu verwenden. Links unten sehen wir auch noch Symbole. Die Kette ist wohl eine Art Währung. Dann Leben, Hitze, Essen, Durst, Nacht. So, sind wir übernachtig, dann ist es so. Das Fahrzeug hier kriegen wir nicht aktiv. Wir könnten dieses Fahrzeug auch wählen, aber will ich nicht. Ich wähle das andere Fahrzeug. Das da. So, da können wir hinten die Hecklabel öffnen und können die Sachen, die wir gefunden haben, zum Beispiel hier rauflegen. Super, oder? So, da können wir tanken. Da können wir einsteigen. Wir drehen mal das Licht ab. Das spart auf jeden Fall. Batterie, Wasser und alles fehlt eigentlich. So, dann schauen wir da mal rein. Oh, yeah. Da fehlen vier Sachen. Wir können drei Sachen gleichzeitig tragen. Das heißt, wir nehmen das, das, das. So, und bringen das mal rüber. Also, hier die Batterie. Batterie wie noch nie. So, da ist mal der Motor. Öl, 0 von 5. Dann haben wir hier den Wassertank und hier die Battery. So, Batterie 20 von 20. Wasser 0 von 4. Öl, 0 von 5. Und da hinten gehört ein Luftfilter noch hin. Der Luftfilter liegt hier. Super. So, dann bauen wir da ein. Yeah. Ja, Auto fertig. Ja, Problem nur. Kein Wasser drin und kein Öl drin. So, wir holen mal Öl. Das nehmen wir mal mit. Ja, das Wasser können wir auch gleich mitnehmen. So, da schaufen wir auf. Da in dem Wassertank gehört natürlich Wasser. Jetzt steht auf der Wasserflasche 0. So, und Wassertank 4 von 4. Super. Das machen wir auch auf. Da füllen wir Öl rein. Super. So, 4 von 5 Öl. Wahnsinn, oder? So. Wir haben eine leere Wasserflasche. Eine leere Ölflasche. Hier gibt es einen Trader. So, weiter habe ich auch noch nicht gespielt. Also, ich habe hier mit dem Trader gesprochen. Das kostet zum Beispiel 30 Metal Parts. Wir haben 0. So, it's trash. Gut. So, was mit leerer Wasserflasche? Ja, die willst du haben, oder? Gut, verkaufe ich dir, verkaufe ich dir. So, das kostet zum Beispiel 68 hier. Eine neue, ja, neuer Motor 3000. Die Batterie 170. Es ist alles super. 30. Getränk 32. Wasser kostet 64. Ja, toll. So, wir nehmen die leere Ölflasche. Warum auch nicht? Ich glaube, die brauchen wir noch. So, ich werfe die da mal rein. Geht das jetzt so? Ja, danke. Leere Ölflasche. So, getankt, glaube ich, haben wir auch schon. Oder? Nö, haben wir noch nicht. So, wir nehmen die zwei Benzindinger. Da sind Musikkassetten. Nachdem ich aber in letzter Zeit immer wieder ein Problem hatte mit Copyright. Bei Musik. Also, bei alten Videos, witzigerweise. Ähm, werden wir jetzt die Kassetten nicht einlegen. Das kann dann jeder für sich selber machen. Super. Oh ja, mit Wurf. Mit Wurf. Drei Punkte. So. Die leeren Kanister. Keine Ahnung, ob wir die noch brauchen oder nicht. So, da ist der Trader. Wir schauen mal. Vielleicht können wir ihm was wegnehmen. Aber ich glaube nicht. So, ich kenne es noch nicht. So weit war ich noch gar nicht. Oh, da ist was. Can't Beans. Essen. Ja, wir müssen die auch essen. Hast du gesehen, dass ich dir was geglaubt habe? Du willst also wirklich das Meer finden? Ja, klar will ich das Meer. Hi, sorry, wegen der Dosen. Ja, der Hund frisst eh die Dose nicht. Vielleicht in ihm halt, aber nicht die Dose. So, dann haben wir da hinten noch ein Häuschen. Da schauen wir auch noch ein. Okay. So, was haben wir da? Eine kleine Hütte. Oh, eine Kirche. Eine Kirche. Oh, da steht einer. Himmel, nicht die Sonne an. Okay, nö. Oh, Benzin. Super. So, unser Inventar ist 3. Ich weiß nicht, ob es noch ein Update gibt, dass das Inventar vergrößert wird und oder nicht. Fallschaden gibt es? Nö, gibt es keinen. Keine Ahnung, wird das Inventar vergrößert? Ja oder nein? Kann man craften? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Wir schauen es uns ja gerade erst gemeinsam an. So, was steht hier? Nancy Lake. Yeah. Gut, dann wissen wir auch, wie unser Kaffee heißt. So, was haben wir da noch drin? Nix, nix. Hallo? Äh, ja. Aha. Potatoes. Ich glaube nicht, Tim. So, was haben wir da? Nix, nix. Pumpkins. Nix. Nö. Mehr nach oben. Das ist nicht. Oh. Oh doch, Wasser. So, jetzt sind die drei Punkte unten voll. Bedeutet, mehr kann ich nicht tragen. Okay. So, wir schauen da mal hier unten rum. Um diese Silos. Da ist nix. Na gut. So, da ist unser Hütchen. Da waren wir noch nicht drin. Da stehen die Autos drin. In dem waren wir auch noch nicht drin. Ich gehe da mal rein. Wobei, bevor wir da reingehen, so, lege ich mal die Sachen, die wir gefunden haben hinten auf die Ladefläche so, öffnen wenn man E drückt und das ist, ich befürchte das wird mir geschehen wenn man E drückt, wird sich ja, wir haben jetzt gemischt den leeren Kanister mit den vollen Kanistern so, for sale ja, könnte man wollen wir aber nicht so, dann schauen wir hier nein, rein, wir können ja gar nicht rein ah da ist aber auch nichts drin, na gut schauen wir noch einmal außen rum ah, so können wir zoomen interessant so, rechter Mausklick gedrückt halten, können wir zoomen super so, ich habe das Gefühl, wir müssen aufbrechen meine Lieben, ja wir müssen unseren Roadtrip beginnen ist das nicht schön wir verlassen Nancy Lake so, dann auf zum Auto haben wir hier alles mitgenommen ich denke, ja die Kassetten, okay ich nehme sie mit aber ich möchte sie eigentlich nicht spielen kann ich sie dem Trader verkaufen? das wäre echt schön da, 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 da I don't need it weißt du was, ich leg's dir da her okay so äh, ich meine, wir haben viel Geld yeah und die Sonne ist am untergehen toll wir verlassen Nancy Lakes da, 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 da da machen wir da mal zu Türe auf einsteigen Licht ab Tür zu ähm hier die Handbremse äh yeah back on the road again so, und wir fahren mal in die Richtung wir wollen zum Meer und da ist noch ein Kaktus ja, keine Ahnung wie das so aufgebaut ist im Spiel ob das alles so bleibt ob sich das verändert ob sich hier ja, das ist im Übrigen Höchstgeschwindigkeits schneller geht's nicht so, ich hab mir gedacht wir machen mal so ein Angezock so, äh zwei, drei, vier Folgen äh relativ kurze Folgen und ja, dann schauen wir ah, man kann sich umsehen ohne dass man gleich auch lenken muss oh, wie schön so, ich bin gespannt wie weit wir mit dem Benzin kommen ist in der Wüste irgendwas können wir da abseits der Straße irgendwie naja so, meine Lieben das war's aber auch schon für die heutige Folge wir sind unterwegs ich hoffe wir finden auch irgendwann mal was ah da kann man so zoomen okay und sich sozusagen umsehen so ich hoffe wir finden irgendwann mal was das war's für die heutige Folge ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bis dann tschüss